So, hallo und herzlich willkommen. Weide geht es hier bei ARK. Scheiße, ich muss die Key umlegen. Ja, das letzte Mal haben wir ja einen Pteranodon runtergeholt. Den wird es endlich mal zähmen. Taming Effectiveness ist scheißegal mal, aber deshalb mal noch ein paar Beeren essen. Geil, Spike. Schauen wir mal hintere zu unserem Trike. Äh, zu uns. Genau, du, Paschner. Ja, das geht schon noch. Jetzt habe ich lauter Stormpick-Axis im Inventar. Ne, kann man nicht, okay. Na, wie geht es dir? Batschi, wegen was brauchst du nochmal hier? Wahrscheinlich nichts mehr dabei. Spike hat man hier zum Bärenfarmen. Na komm, der verliert doch so schnell. Okay, und ich selber habe kein Essen mehr. Wenn ich mal kurz nach Hause... Ui, da steht ja ein Skorpion. Und noch ein Affe. Ui, ui, ui. Scheiße. Egal. Spoilt Meat holen wir mal raus. Schmeißen wir mal den Ofer an. Also, hier. Ne, Spoilt Meat. Packen wir es doch immer hier rein und jetzt schauen wir erstmal, was der... Ob der noch was braucht. Der hat 18 Spoilt Meat, also braucht er nichts gerade. Warum ist der Affe so nah hier? Das gefällt mir gar nicht. Der ist nämlich ziemlich... Nein, nicht ausmachen. Braucht nämlich nochmal ein bisschen. Na komm. Ein Fleisch. Na komm, gib mir nochmal eins. Das holt für mich mal rein. Der Rest hole ich später. Und jetzt haben wir hier ganz Zeit das Gebebe. Ah, klasse. Wo ist... Da ist er. So. Ups. Remote Use, Remote Use. Wie weit kommen wir? Nimm mal eine. Kann man auch nochmal eine geben. Okay. Den haben wir zur Hälfte. Den da hinten. Okay, jetzt kann er mal wieder eine Akkarte gefressen. Okay, wie weit geht das? Hm. So, wir können gleich nochmal eins geben. So, den haben wir auch schon ein gutes Stück. Sammeln wir mal ein paar Major Berries. Können wir gleich wieder den großen geben. Na gut, Berries müssen wir auch mal wieder ein bisschen sammeln, dass wir noch ein paar Narcotics erstellen können. Der erschreckt mich immer. Na, wie geht's dir? Zeig mal an. Äh, Hälfte haben wir. Halt. Was hast du für Scheiße dabei? Okay. Gib Gummi. Okay. 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 Noch mal ein bisschen was. Muss nur aufpassen, dass ich nix so einen Haufen reite. Ups. Genau so. Äh. Da war kein Busch. Ja, dann gucken wir mal kurz. 19 Narco Berries. Da können wir vier machen. Die nehmen wir auch mit. Oh, und ich hab keine Fackeln mehr dabei. Dem geht man erst mal nur mit zwei Narco Berries. Ach, der war Fisch hier. Scheiße. Darf ich mir nicht angucken, dass der Narre dort ist und schaut er mich zum Mond. So. Welches Level bist du? Neun. Fasch ein Level ab. Okay. Jetzt. Drugs. Narcotics. Craft 4. Und selber. Bisschen Fleisch. Gab mir Fleisch für das Dinger. Na komm. Drei. Und das letzte. Können wir dann auch bringen. Ah, meine Fackeln. Irgendwo hab ich doch mal so viele Fackeln gemacht. War das nicht hier? Ah, ich hab mir draußen noch eine Truhe. Ein paar Eier haben wir da. Aber keine Torches. Flint und Wood. Okay. Oh, komm. Blind. Oh, der ist da mit Beeren. Wie cool. Gut. Einmal eine Fackel. Weiter. Zu dem hier. Oh, der ist schon wieder so low. Na komm. Muss doch was werden. So. Muss ich nochmal eine Fresse. Muss ja hier über meine Dino so drüberlaufen. Na, wie geht's dir? So, dass du clever Narcotics essen willst. Bin mir gedacht. Okay. Melee Damage 110. Bin mal gespannt, wie man mit dem dann farmen kann. Timing, Hammer und Viertel. Da haben wir gleich ein paar. Okay. Jetzt ist vieles dunkel. So. Und vielleicht nur die Standfackel lernen. Wer vielleicht noch was geschickt ist. Und Spark Powder. Ach, da ist nochmal einer. Was ist denn, wie wärst du? 12. Der wird besser. Ne. Das ist immer so das Problem. Nehmen wir die leichte zum Zähmen. Oder die schwere. Den brauchen wir wahrscheinlich irgendwann noch. Ich die Sättel brauchen wir gerade nicht. Ich die Sättel brauchen wir wahrscheinlich noch. Das ganze Haus. Dinosaur Gateway. Alles. Das brauchen wir eigentlich alles mal. Railing. Fence. Wer ist denn das Ding, was auf dem Boden ist? An der Torch. Ich muss irgendwie mal eine Wand um meine Bude bauen. Wooden Door Frame. Okay. Wooden Traptor. Wo ist denn das Ding? Ist da ein Fence Foundation? Der Händchen. Tun da noch rum. Okay. Fress mal nur mit zwei. Hm. Wow. Mit dem lege ich mich nicht an. Der hat schon wieder. Park fressen. Ja. Gibt mir auch kleinere. Ein Narcotic. Dauert halt schon mal ewig, bis wir den haben. Wie nennen wir die dann? Hm. Das ist schon mal eine Frage. Ich glaube, wir müssen kleinere Formen gehen. Ja komm. Oh, mit Fackel. Das sieht cool aus. So, zwölf. Ach nee, das waren die falsche. Okay. Noch mehr Narcotic Berries. Noch mehr Narcotic Berries. Noch mehr Narcotic Berries. Na komm. Gib mir noch ein bisschen. Wups. Das kommt bestimmt cool, wenn man so eine Trike Armee hat. Können wir auch mal anfangen, uns eine zu zähmen. So mehrere Trikes sind bestimmt cool. Rips, rips, rips. Doin, doin, doin. So. Remote Use, remote Use. Was haben wir jetzt? 58. 62. Da reicht kein Spalte. Was hier echt noch fehlt, ist so ein Sortier-Button. Na komm. Hm. Und jetzt, ja, das müsste reichen. Zwei Stück frisch, gleich mal. Dreiviertel haben wir dich schon. Du kriegst die ganze Major Berries. Komm. Äh, rips. Ja, passt schon. Bei dem geht's Torpaar auch nicht so schnell runter. Okay. Grüner Loot ist, glaub, Level 20. Roter Loot ist zu hoch. Das weiß ich ganz sicher. Könnt man hin. Da hinten läuft der Affe. Du brauchst schon wieder zwei Bären. Ich hab grad nur einmal Gammelfleisch dabei. Ja, den brauch ich jetzt halt angreifen. Ich weiß gar nicht, wie viel Damage so ein Skorpion macht. Wahrscheinlich nicht mehr so viel. So, da packen wir jetzt mal die Bären rein. Wie lange halten die jetzt? Acht Minuten. Ähm. Nehmen wir mal raus. Und packen sie. Mir fehlt echt eigentlich nur so ein Dodo, wo ich alles reinleg. Da halten sie jetzt eine halbe Stunde. Hier bekommst du meine Help. So. Der Sattel war Level 25. Wasch mein Wasserskin. Ah, der ist leer. Halt. Das seht ihr nix. Da hinten rennt noch ein Affe eigentlich. So viel los hier. Jetzt muss man halt den Fakkel wegpacken. So. Halt. Null. So, jetzt ist er voll. Leg. So. Halt. Da gibt's. Da gibt's 18. Da gibt's gar nix. Und da gibt's noch 20. Jawohl. Erstmal wird das Funzel raus. Und dann holen wir jetzt mal den grünen Strahl. Da müssen wir erstmal nur gucken, dass wir unser Inventar ein bisschen leer machen. Ups. So. Was kommt denn weg? Die Bären. Die scheiß Spitzhacken. Ähm. Die Hälfte von den Steinen. Und dann muss ich gleich auch wieder hoch zum Ding. Aber. Okay. Wie viel haben wir denn noch? Ach scheiße. Um jetzt zu viel. Aber egal. Müsste jetzt langsam mal reichen. Wo ist der hin? Da. Woops. Ganz schön niedrig. Der Park muss hier rein. Okay. Spoyen sind jetzt so schnell, wollte ich sagen. Ach scheiße. Darauf gehen wir nochmal ein. Der hat er hinten noch. Du darfst auch zwei essen. Da müssen wir das Fleisch ja angehen. Bringt so nett. Schauen wir mal was es da gibt. Du bist ein Parasaurus-Saddel. Ich will kein Parasaurus-Saddel. Ich kann den schon. Das war wirklich useless, was da rauskommen ist. Nein. Gucken wir nochmal nach dem. Oh, den haben wir ja bald. Remote-Use. Remote-Use. Da. Der muss vielleicht doch drei, vier Mal fressen. Spikey. Ähm. Mit dir sollten wir mal jagen gehen vielleicht. Vielleicht. Hm. Ich mach mal wieder das Licht an, dass ihr was seht. Also den zählen wir auf jeden Fall diese Folge noch fertig. Den hier schaffen wir. Da wahrscheinlich nicht mehr. Wenn ich schon das wiegt das nicht. Irgendwas. Primitive Parasaurus-Saddel. Armor 28-9. Naja. Der braucht noch. Da braucht man Gammelfleisch. Und gerade hab ich nicht irgendwas, was ich so jetzt killen will. Und die Paras hier, die sind viel zu schnell. Obwohl, ich glaub, der hängt im Baum fest. Oh, ich hab mir halt wieder nicht aufgeschrieben. Was überhaupt? Okay. Und tschüss. Sorry. So. Fleisch. Was war jetzt? Oh, Mann. Ich nehm Spitzsacke. Ja, war richtig. Spitzsacke gibt mir Miet. Okay. Hab ich das richtige Gegner mal? So. Gammelfleisch produziere ich. Ah, komm. Auf der Hände. Du Frischnummer 2. Gammelfleisch haben wir gerade 3. Jawohl, den haben wir gleich. Pachi, was machst du eigentlich jetzt? Hm. Level ab hat er keins. Mit dem. Bereit mit Spiky nochmal ne Runde. Ist doch schön. Ich seh da unten was ganz cooles. Runter von dem Bock. Ich seh da was ganz cooles. Wo ist der hin? Ach ne, der ist schon auch wieder ripser. Scheiße. Oh Mann. Ja stimmt schon, scheitern eigentlich die andere Viecherangriffen. Schade. Wäre doch cool gewesen. Müsste ich nur einmal fressen wahrscheinlich. Na komm. Jetzt dachte ich echt, da rennt gar ein Raptor rum. Was haben wir hier gerade geformt? Müsste man auch mal wieder ausräumen. Das ganze Zeug frisst der ja nie. Ich könnte den jetzt echt einfach umhauen. Ne, brauchen wir da. Der bleibt einfach schön hier so. Na komm. Einmal nur fressen. Ne. Lieber zweimal Narcoburries. Sieben Minuten, sieben Minuten, sieben Minuten. Ach komm. Jawohl. Einmal fressen. Das wirst du ja wohl schaffen. Aber der. Der muss wieder fressen. Müsste ich gleich zwei Stück. So, geht noch hoch. Ich glaube, da sollte ich auch ein bisschen warten, bis ich der zweite gebe, oder? Ich hau nochmal einen ganzen Barg Bären rein. Also den haben wir jetzt zur Hälfte. Tyrannodon müsste jetzt fertig sein. Na komm. Auf einmal noch. Ach bitte, komm. Komm. Muss ich dir jetzt echt noch mal einen Narcoburry geben. Aber bloß nur eine. Na komm. Den werde ich auf jeden Fall auf Lebenskühlen. Damit der uns nicht einfach so wegstirbt. Der will echt nicht. Wie viel hat er denn? Aber dann reicht's da auch. Sehr schön. Den müssen wir dann bloß jetzt nur nach Hause bringen. Dauert nur kurz. Na komm. Fristen. Fristen. Mein Oho. Das dauert so lang. Jetzt hab ich schon Time Efficiency hochgestellt. Jetzt dauert's mir noch so lang. Was ist da hinten? Jetzt ist es bei 150 kleine Hämmern. E2. Ein Kriegsschneuer. Und der Hämmern. Jawohl. Klaus. Terranuton, wie nennen wir dich? Lass mal erstmal noch weg. Äh, Equip, Settle, alright. Ja, wär schön. Du. Wo ist denn? Oder das eben folgen ist. Okay. Ach man, das ist eins von meinen Fleischstücken kaputt. Juhu. Boah, und der hat auch noch so eine coole Farbe. Dann gehen wir erstmal jetzt nach Hause. Bring den da runter. Und das Dinger den verteidigen kann. Falls der... Ui. Ui. Ja, erstmal scheißen. Landest du mal? Ne, fast kappt. Wasch. Ach komm. Äh. Dis... Disable follow. Ah, da hängt schaltende Hütte. Okay. Da haben wir uns bitte ranholtan. Sehr schön. Jetzt. Äh, da hab ich gammelt. Fleisch, genau. Unsere Bären sind ja ins Dinger. Da. Nehmen wir mal mit. Ups. Jetzt lädt die da rein. Tracks machen wir alle drei. So, nächstes Mal müssen wir dann echt gucken, dass wir unsere Bude mal aufbauen. Ich glaube, da kann man jetzt alles mal ein bisschen woanders umziehen. Dinos haben wir jetzt genug dafür. Hier. So, Level Up bräuchte ich auch mal wieder. Jetzt hab ich den gezähmt und hab echt nicht viel an XP bekommen. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Ja, ist jetzt dunkel. Okay. Okay. Nehmen wir nochmal zwei Narkotiks. So, und es dauert wieder ein bisschen, bis das fertig drin ist. Okay, da braucht man noch eine richtige fette Ladung Narkotiks. Das wird noch eine Herausforderung, mit dem Fall fertig zu zähmen. Du. Komm mit. Join. Ey, da kann ich auch rüpfen. Hui. Hui. Patschi. Ab. 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 hier sind ganz schön viele affen unterwegs ich sehe was ganz tolles was uns ganz viel fleisch bringen könnte probieren wir es mal mit dem ding zu kühlen ich sehe nichts du ob es scheiße habe ich den baum mit umgeschmissen naja dann war das schlecht hoppe hoppe reiter ich sehe nichts jetzt besser immer schön die bären einfahren ah ok der ist erschöpft schon wieder noch ein bisschen springen aber ich kriege ganz schön viele bären bis auf die narkos ach komm lauf du großes tier wie stamina hast du eigentlich stamina 150 die nehmen wir mit die nehmen wir mit zuerst lassen wir hier das heißt du bekommst die hier wir müssen jagen gehen oh gott ja viermal spielt mit daher muss doch gleich mal viermal neues narkotik hui hui ouch zu weit gesprungen dodo habe ich schon lange nicht mehr gesehen hier ich glaub die spoilen ja die spoilen hier viel zu schnell eigentlich kühlschrank was war ein kühlschrank preserving bin oder sowas hat es geheißen wir müssen wissen gravestone canvas storage box chrome poshtaufen Preserving Bin Planen wir mal Und was brauchen wir dazu Steinholz Das geht eigentlich noch Ah, da brauchen wir noch Spark-Powler dazu Und ich habe noch kein Spark-Powler gelernt Schauen wir mal kurz nach Ah komm, nicht läng Spark-Powler Das müssen wir auch noch lernen Okay Da brauchen wir Flint und Stone Flint und Stone Wow Okay, wir bekommen ganz schön viel Flint Kein Flint Kein Flint Kein Flint Oh komm Kein Flint Kein Flint Scheiße Ich muss hier sämtliche Steine in der Region umhauen Sechs Flint Wenigstens mal ein bisschen was Dann würde ich sagen Gehen wir noch kurz hoch Oh, mal ein Eleven auch so langsam So, Spikey beschützt unser Neuer Wo ich noch nicht weiß, wie ich ihn nenne Hm, was wäre ein guter Name von Spikey Ist schon Stego, meine ich Äh, Depp Schöne Augen hat er Schöne Augen hat er Du, hast eher verrückte Augen Knallrot Knallrot Hat der andere da oben auch so je Die Fackel weglegen, brauche ich nicht mehr Die haben alles so verrückte Augen So knallrote Naja Hat der sich eigentlich hier Der hängt den Baum fest Oh man Schön Sollen wir mit der Steinschleuder den umhauen Und tamen Wäre gerade kein Problem Da Äh, da haben wir noch Charcoal dran Wir haben sogar schon ein bisschen Metall Ich weiß, brauchen wir Stein Preserving Bin Preserving Bin Boah, eine Schildkröte wäre auch cool, ne? Level 18 Level 14 Der Patschi ist zu stark Nummer 8 Und Nummer 8 So Leute, das haben wir Ich bin eine Schildkröte Aber die ist ganz schön schwer auszunocken Das haben die geändert Das geht nicht mehr so einfach Du Ja, du schlöffel ab Und ich bin ein bisschen Gesundheit Okay So, dann war's das aber auch Also für diese Folge Müssen jetzt dann gucken Dass wir mal ein bisschen leveln Mal schauen, wie man das machen am besten Gut, meine Steine habe ich wieder Ich habe ein bisschen Von dem und von dem Und jetzt brauche ich vor allem Spark Powder für Den Preserving Bin Dass wir da mal unser Fleisch Und unseren Unsere Beeren reinhauen 17 Gammelfleisch hast du noch Das ist schon gut Level Sattel bekommen wir halt erst in 15 Gibt's erstmal ein Steak Das Beikee passt gut auf den auf Will den nicht verlieren Na komm Trotzdem musst du jetzt nochmal einen essen Ach, die Beeren sollten auf jeden Fall reichen Das Problem ist echt Narkotik Jetzt haben wir in dieser Folge Den Zur Hälfte Club geteamt Ja, also dann haben wir Wir müssen jetzt bei 60% 65% Doch, der hat nix mehr gescheits Trink mal den Rückwärtsgang rein Okay Halten wir wollen Stein sammeln Ja, machen wir dann nächste Folge Sammeln wir mal ein bisschen Stein Damit wir Unseren Preserving Bin bauen können Von dem her wäre es das erstmal Für diese Folge gewesen Vielen Dank fürs Zuschauen Und bis dann zum nächsten Mal Wenn wir weiter unseren Stehgut sehen Und Tschüss companies Als Bis leer